Ah, ah, ah! Alter! Hast du gekrankt? Ja, der hat mich fast wirklich schossen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich reporte den mal. Report? Martin, machen wir jetzt erstmal nochmal 30, oder? Weil das haben wir alle anhalten müssen. Ja, ich geh runter auf 30. Ja, mit David, hin, her. Martin, geh schon nicht kalt halten, Schatz? Ich hab jetzt eine, äh, hat keine Zeit, ich hab eine Idee. Oder muss ich nachher fahren. Ach, das nachher. Ist egal. Weil Chris hat ja noch mit den Neuen hier zu kämpfen. Du kannst nicht nachher fahren. Weil der hat mich fast weggeschossen. Wer ist nicht auf die Bremse gegangen? Muss Funk ausmachen. Weil... Wer ist jetzt auf die Bremse gegangen? Also, Martin, wir können jetzt wieder auf 50. Wir gehen auf 50. Autobahn hochfahren schon mal. Erwerbt ihr dann erstmal so. Den werden schnell reporten, alle Fälle. Wegen Rücklichtlösen fahren. Ich hab denen ja schon ein Ticket gegeben. Ich hab den hier schon reportet. Eklings Drifing. Verstehen die alle. Arsinn erzählt her. Arsinn? Und der Uwe. Ja. Stell dich dann jetzt gleich vorne hin. Von geradeaus. Weiß ja wie. Scherz, wie sieht es aus? Können wir ein Stück höher gehen? Hm. 60. Wir können auf 60, Martin. Wir gehen auf 60, KMH. Ja. Oder gefahren noch. Axel fährst natürlich hinterher, wie Uwe auch. Heute nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.